Und von dort aus komme ich dann zum geheim Doch ich war gerade da drin Alter Oh, was ist das denn schönes Nachtsicht Achso, hier hat man ein neues, ja Aber guck mal, ich hab da jetzt eine blaue Leiste Boah, jetzt hab ich auf einmal über 200 Lebenspunkte, krass So, dann geht es jetzt erstmal dort unten entlang An der Pfalz Ja, ich weiß doch Aber wie komme ich jetzt dorthin Achso, ich weiß von welcher Seite Ich weiß schon Ich sehe nichts Mann, hör auf, da hängt zu bleiben Junge, geh hoch Du Hünder, der Affen, Spaltenkorb Diese kriegen sie von dieser Waffe mehr Damage Alter Ja, sicher, komm, erzähl mir hier kein Fake Jetzt hab ich da ja so, 330 Lebenspunkte Abonniert An sauces Aus An Fertig Untertitelung des ZDF, 2020 Was habe ich denn getroffen? So So Ah, wo kommt der an her? 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 Ich sehe nichts! Wo bin ich denn? Ich sehe nichts! Ich verstehe nur Bahnhof! Ohne Witz! Irgendwas oben ist noch was! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich sehe noch nicht alles! Ich sehe nichts! 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 Oh, ey! Nein, das war das doch nicht. Ich habe jetzt genügend Lebenspunkte, aber die Waffen, äh die Munition gehen aber langsam aus. Oh! Wie komme ich da nach oben hin? Oh! Musik Musik Toll schade dass man nicht nach oben und unten gucken kann oder zumindest nach oben das würde der umgebung umschauen enorm helfen und ich kann ja nicht dafür wenn er bekloppt ist und da nicht rüberklettert warum auch einmal ach nee quatsch das ist ja hier gut dann werde ich halt das level jetzt beenden oder das rauschen damit klar dass er nicht drauf geht warum sollte er auch ich frage mich immer noch wie komme ich jetzt da rein ich weiß dass da noch ein geheimnis gibt und zwar die eine auffällige schwarze stelle denn die können wir nicht sagen dass da nichts ist so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber naja, dann bedanke ich mich, dass du zugesehen habt und dann, ja. Geht das das nächste Mal weiter mit Section 2 Level 2. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.